So weit, so gut! Was da nicht noch was an Munition gelegen? Nope. Hier liegt noch was. Okay, also Sully ist anscheinend nicht freiwillig mitgekommen, so wie wir das dem Gespräch entnehmen konnten. Es sieht auf jeden Fall sehr einladend aus und vertrauenserweckend. Whoa, what the hell? Oh, how's that feel? Okay, so weit, so gut. Was ist der denn mit seiner Schock? Ne, das ist Elena. Ach, 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 das ist Elena. Nein. Nein. Du sollst herum. Nein. Andere Richtung. Ja. Ja. Hier rüber. Man ey, bei solchen Sprüngen habe ich immer Angst, dass er den nicht hinkriegt. Ja. 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 Das gibt's doch nicht. Ich find hier keinen Platz ey. Okay. Das geht nicht. Das fällt immer wieder zu. Ah. Ein bisschen mehr Abstand. Nice job! Ach, hier ist endlich einer. Ein Juwelienbesetzes Silberkreuz. So, dann geht es durch dieses Tor weiter. Einer muss aufdrehen, der andere muss dann unten durch. Hier, ich behalte das, während du die Tür öffnest. Okay. Okay, let it go. Gently! Aaaaah! Okay, hier ist ein Schatz, hier ist ein Schatz, hier ist ein Schatz, ich brauche aber... Oh mein Gott, nein! Scharfschütze. Ich will den jetzt aber haben. Nate, Nate, hol den dir, hol den dir. Ein silberner Zahnstocher! Oh Gott. Ich sehe kaum noch irgendwelche Gegner hier. Doch da hinten nur einer. Alles klar, gehen wir mal ein Stück weiter vor. Ja, shit, das ist ein Schatzschütze. Und einer, der mit Granaten um sich wirft. War er noch nicht tot oder war da noch ein zweiter? Wo ist der? Okay. Das ist mehr als einer. Here we go. Sehr gut, Elena. Das muss die Bibliothek sein. Da. Aber wir werden nicht waltz in die dritte Tür. Wir finden uns noch einen Weg in. Schöne, schöne Dinge aus. Nächster Schatz. Ein spanischer Goldkelch. Immerhin. 27 haben wir schon. Ich glaube aber, dass ich schon einige verpasst habe. Wenn ich die Hälfte wenigstens finden würde, wäre ich damit zufrieden. Wenigstens die Hälfte gefunden zu haben. Da ist gleich der Nächste. Ein Silberner. Quattamundi. Schade. Wäre schön gewesen, wenn hier noch einer liegen würde. Wäre schön gewesen, wenn hier noch eine kleine Barre in den Philippinen gegangen ist. Oh, Mann. Sie hat ein Schmerz, aber es hat dein Herz verletzt. Oh, Mann. Ich bin Gott. 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 Ja, nur ein klein bisschen. Sie können nicht mehr als 4.11 sein. Sie haben sie die Spinner, weil sie... Will du aufhören, Mann? Du hast uns schon gesagt, ein paar Mal gesagt. Oh, ja, genau. Natürlich habe ich es. Memorien ist nicht so, wie es war. Was für dich so lange dauert? Vielleicht hast du nicht gehört, aber die meisten von diesen Büchern sind half rot. Und in Spanisch geschrieben. Ja, wir werden es schnell. Der Boss ist auf dich. Hey! Auf da! Ah, crap. Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Ah, shit, ich treffe ihn so nicht. Ja! Ja! Ah! Ah! Es sollte besser sein! Das soll das auch wert sein müssen! Will ich auch hoffen. Ah! 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 Get your head down! Oh, das war der Ley now. Geh' deinen Händen! Na, kommt her, Freunde. Okay. Das ist richtig. Mann, es ist Zeit, dass du hierherst. Na, du schaust sehr gut für einen Körper. Die Frau? Hey, wenn es nicht für sie gewesen wäre, wirst du jetzt nicht geschehen würden. Wenn es das eine geschehe ist. Was das bedeutet? Ja, Sully. Das alles sieht ein bisschen schade. Ja. Und du tippen die Leute auf. Und mirakulassend bist du alive. Na, warte mal. Roman hatte ein Kom-Trakt auf mich. Ich brauchte ein bisschen Zeit. All right. Stupid mistake. Ich wusste nicht, dass sie versuchen zu tracken. Sully, wir würden wir nach Hause mit dem Treasurer nicht mehr so schnell, wenn du nur noch einmal aufhörststst. Und du vielleicht hätte gedacht, zu schauen, dass du ein Puls bevor du mich schaffststst und mich schaffstst. Schau, das ist nichts mehr wichtig. All right. So, wie ist es, dass du hier wirst du hier, und alles? Huh? Haha. Du wirst das nicht glauben. Huh? Nein? Oh, Francis hat eine Bühne für dich genommen. Ja. Ich dachte, dieses Ding nur in den Filmen passiert. Ja. Ja. Das war noch so. Ich sage dir das. Ich glaube. Als sie wussten, dass ich nicht tot war, habe ich die Roman nicht gefunden, dass sie ohne mich finden würden. Also habe ich versucht, ihn zu verlieben, wunderschöne für dich. Wo sind sie jetzt? Ich habe ihn mit dem anderen Seite von der Monastery um sie zu verliehen. Haha. Schau. Drake hat alles herausgefunden. Das ist das Symbol die Spanischen benutzen, um ihre secreten Vaults zu markieren. Der Schmuck ist hier, in dieser Monastery. Findet das Symbol? Und wir finden den Vault. Wir haben alles, was wir brauchen. Hier. Alle die Klüge, um uns zu den Schmuck zu den Schmuck. Wir können das machen. Alles gut. Sie sind nicht alle Schmuck und verlassen die Mädchen wieder, sind Sie? Das ist nicht so, Sully. Sie hat einen richtigen Schmuck. Ich behalte das. Schmuck. Es gibt mehr in diesem Raum, als die Augen zu treffen. Ich bin sicher davon. Hm. etwas über diese Statuen. Okay, wir haben vier Statuen. Und wir haben daneben einen Kompass. Norden, Osten, Süden, Westen. Und jede Statue ist einer Himmelsrichtung zugeteilt. Okay, hier haben wir den Kompass. Und jetzt muss ich mal gucken. Ähm. Okay, dieser Engel ist Norden. Okay. Osten. Der Vogel. Ah. Moment. Ich... Halt. Das Rätsel ist nicht schwer. Ich stelle mich nur manchmal ein bisschen. No, das ist nicht richtig. Versuch die Diary wieder. Ah. Nee, die andere Richtung. Nein, nee. Du sollst ihn in die andere Richtung drehen. Hier. Okay. Du bist... Süden. Hä? Nee, 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 nee. tunnels. Nee, unten. Jetzt haben sie gezeigt, dass etwas falsch ist. Ich muss nochmal ganz kurz kurz, Moment. Und die Kuh war... Nein, das passt nicht. Der Engel von vorne. Und die anderen sieht man nur von der Seite. Links, rechts, links. Holy shit. Was lese ich denn schon wieder falsch hier? Das passt alles nicht. Also das ist der Löwe. Aber wieso ist der Löwe Süden? Ich habe das schon mal gelöst. Aber jetzt stehe ich gerade wieder auf dem Schlauch. Ähm... Jo, ich habe geraten. Ich habe gerade auf dem Schlauch gestanden und wusste nichts mehr anzufangen mit den Himmelsrichtungen und wie die Statuen noch mal stehen sollten. Und habe mir hier gerade jetzt echt einen Wolf gedreht und bin da jetzt echt die ganze Zeit auf der Leitung jetzt drauf gestanden. Huh, was jetzt? Okay, die umgekehrte Flamme. Okay, die umgekehrte Flamme. Okay, die umgekehrte Flamme. Okay. 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 Ich habe mich immer wieder auf dem Schlauch. Okay. 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 Ich habe mich immer wieder auf dem Himmel. Ich habe mich immer wieder auf. Ich habe nicht gesehen! Ah! Okay, Land des Todes. Und hier geht's! Bis zum nächsten Mal.